Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Happy Beads in der zweiten Staffel Hammergeil, es ist Sonntag, ja Sonntag, ein chilliger Sonntag, ich sag's euch Wir haben jetzt gerade, keine Ahnung, irgendwas am Morgen, ich bin noch nicht so lange wach Aber das hält nicht davon ab, hammergeil eine Runde Happy Beads mit euch zu zocken Na, äh, ich bin so froh, dass es Sonntag ist, obwohl andererseits es ist auch gerade Urlaub Weil ja bald Jahreswechsel ist, also so gesehen, ich glaub kaum, dass irgendeiner von euch morgen raus muss Es sei denn, die Hardcore Arbeitenden vielleicht, unter Umständen Äh, wahrscheinlich müssen einige von euch sogar an Silvester kellnern, hammeröde Haha, nein Quatsch, äh, ja, ich hab jetzt mal hier ganz konkret und chillig mal die Liste wieder aufgerufen Und es funktioniert, ja, es läuft, bin mal gespannt, ob es das auch noch länger tun wird Ja, ähm, ich guck mal gerade Wir können da nicht oben anfangen Weil da sind jetzt, glaub ich, ein, zwei drin, die wir gestern schon gesehen haben Aber das ist jetzt halb so wild Äh, scheiß drauf Dann überspringen wir die einfach So, aber das erste Level, was haben wir denn hier? Der Celestia's Rampage, play as the My Little Pony character Was? Prinzess Celestia Prinzess Celestia, Mama Armed with a magically enhanced horn, ja This Alicorn, uh-huh Will stop at nothing until she takes back Equestria From the naysayer humans Day and night Hold space bar to start Was zum Teufel? What the fuck? Okay What? Kann ich die jetzt, kann ich das Horn jetzt auch irgendwie bewegen? Move forward Put head down Oh, hey Du Nuttenkopf, ey Was willst du denn? So, jetzt gibts aufs Maul Uh, bam Leute, ich hab den Sound nicht angestellt Ah, nein Muss ich den Sound mal jetzt mal eben anmachen hier Menü So Oh, jetzt hab ich Restart gemacht, scheiße Egal Egal, Gas geben Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Okay Okay Ah, die Nougat steht Oh, die Nougat steht mir mal Den Stab ins Auge gesteckt Ah, ah, ah Hui Ha, 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 ha Santa Claus, Junge Santa Claus is coming Mama Was, was jetzt? Alter, wie viele Leute da kommen Oh Stop Bam, Junge Das war Crazy shit, würde ich mal sagen Das war Das war schon etwas Absonderlich Mama Ne, das hat mal Mop, ne Get in the Box hatten wir gestern, ne? Ja, das hatten wir Ja, das hatten wir Das hatten wir Poke Course hatten wir auch Hatten wir auch Spike Falls Hatten wir Spike Falls? Weiß ich jetzt gar nicht War das Ja, das war das Level Das hatten wir Das hatten wir, Mama Death Fall Das hatten wir aber nicht Das hatten wir nicht Press C Und jetzt darf ich den noch steuern Ja, ich darf den steuern Komm schon Ich mach das für dich Weil ich dich so lieb hab Oh Gott, ne Nicht schon in diese komischen Spikes Oh Gott Nein Ach, scheiß auf Beine Hauptsache im Ziel Lol Wie, als am Arsch Ich bin doch im Ziel Weil ich muss die Coins erreichen, wa Oh Gott Jawohl Ja 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 War ihm, Junge Das war voll gut, ey Ohne Beine Ohne Beine, ja Könnt ihr das auch Ohne Beine, ja Geil, Junge Neon Jetfall Hab so trockene Lippen, ey Oh Gott, ey Ist das für eine kranke Scheiße hier Und, ah Jetfall Boah, ich wusste schon gar nicht, was Jetfall bedeutet Ey, so lange hab ich das schon nicht mehr gespielt Ah, wir machen das Ich hab einen Helm auf Also machen wir das auch Boah, wahrscheinlich regen sich die alten Säcke unter mir jetzt schon wieder auf Nein Weil gerade Mittagsruhe ist Ja, weil da scheiße ich so einen dicken Haufen drauf, ja Können wir mal richtig die Popperze schmatzen Nein Boah, das ist aber hart, ey Ich muss mich zusammenkauern Zusammenkauern ist auch gut Ja, ja, oh ja, oh ja Seht ihr Leute, zusammenkauern läuft Oh, ja Gott Das schaffen wir Boah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie ich da durchgekommen bin? Oh, dass die Dinger mich getroffen haben? Oh mein Gott, wie geil war das denn? Oh ja Endlich habe ich wieder gefordert hier, ey SWAT Operation Demo Demo Oh Und jetzt? Alles klar Leader Finishing Boah, die schießen ja gar nicht auf mich Egal, alle War aber witzig War aber witzig gemacht, oder? War witzig Auch wenn es ein bisschen kurz war, aber Sword Throw, hatten wir das? Ja, das hatten wir Das hatten wir Das hatten wir Ja, so richtig geil Mega Harpoon Run Das hatten wir aber nicht Ja, ja, easy going hier Oder auch nicht, würde ich mal sagen Da machen sie es aber wieder mal Der nicht einfach, ey Oh Gott, der hat mich im Kopf getroffen Ich bin draufgegangen Ja, nein Ich muss das Kind loslassen Dann schießen die auf das Kind Jenny Jawoll, jeder hat es ja gesehen Oh, perfekt Ah, guckt euch das an Guckt euch das an Das war es voll die gute Taktik Jenny Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren Gott Ja Bam, Junge Ja Oh, nein Mein Pop-Up-Blocker hier Ne, nicht Pop-Up-Blocker Pop-Blocker So Bleibst du wohl da stehen, ey Du Motherfucker Random Level 2 Game Hatten wir das? Nein, hatten wir nicht Slide Okay, und das soll so schwierig sein Oder wie? Ich muss doch gar nichts machen Hold up quick Ja, toll Super Jetzt hänge ich hier fest Oder was? Das Level ist scheiße Da muss ich gar nichts machen So, Bottle Run hatten wir Hatten wir Neon Sothro Hatten wir aber nicht Ja Oh, ja Ne, hat man nicht So Boah, mein Gott Hier geht's wieder mal über Übelst ab Ja Boah Schwere Deutsche Sprache Schwere Sprache Deutsche Sprache Ja, ich bin noch nicht so ganz Sprachgewandt in den frühen Morgenstunden Aber ist mir egal Ja Solange ihr mich versteht Und das tut ihr Oh Gott Boah Wie der geschriegt hat Ey Mein Gott Santa Claus Ey Wimmst du hier als Mann Ey Alter Was geht da denn ab Ey Da war ein Ninja Wow Oh mein Gott So, jetzt die da oben Ne, oder auch nicht Ja Bam So, das letzte Schwert Und für Win Wow Ich hab's drüber geworfen Ich hab's drüber geworfen Okay, nochmal Okay, nochmal Mama Damit wir das auch machen können So Leute, wie geil war das Ich hab den 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 Ich bin schlecht Leute, der drückt ihm seinen Arsch ins Gesicht Wie geil ist das denn da unten So Nochmal So Oh 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 My leg Ma jetzt Komm schon Hier So Sehr gut Ja Nein Oh man Ich will Das ist Voll Das ist Schwert Ey Leck mir Ich hab vergessen die grafik hochzustellen Das Können wir nochmal machen Das ist die komischen Krümmels die hier rumfliegen So Komm hier Komm Santa Jetzt hab ich noch Ein Schwert Für 1 2 3 4 Leute Super Scheiße Ist das doch Ey Oh man So Jetzt aber Jetzt Hier Jetzt Hier Jetzt Hier Ich Nehm mir auch immer 5 Millionen Schwert Gleichzeitig Der Ninja geht natürlich mal wieder nicht drauf Oh Gott So jetzt schnell Jetzt schnell Ah Da müssen schon mindestens 5 Leute drauf gehen beim ersten Wurf So das war gut Ja Jetzt das Schwert hier Nein Santa Claus Du geiler Schnitter So mir treffe ich jetzt den fucking Ninja hier Bam Den hab ich aber getroffen Das zählt Ah Mama Das war voll kacke Von dir Boah Das ist doch scheiße Ist das doch Oh Gott Ey Da geht's voll im Finger hier Boah Der Ninja muss eigentlich direkt weggenommen werden Hier Scheiße Hier Boah Ich kann Kann nicht so lassen Ja Okay Das war gut Nochmal so früh loslassen Nein Nein Mama Boah Junge Als die da 5 4 Schwert Er hat halt direkt abgericht Ey Justin Bieber Du kleine Nutte Jawohl Das war Premium Justin Nimm dir nicht mein Schwert weg Du Arschloch So warte Ja Der passt aber Oder Oh der trifft den Santa Santa Claus Du geile Nutte Justin Bieber Boah Alter verpiss dich jetzt ey So die alte Hure Jetzt der da hinten Das ist aber auch schwer ey Mann So Nein Letzte Schwert Zen Master Das ist doch scheiße Ich muss zuerst den Typen da hinten treffen So Santa Claus Jetzt die Motherfucker hinter mir Nein oh Mann Das Level ist voll schwer Eier Oh Gott Mama Jawohl Das war gut Okay das ist ja ein Schwert verschwendet Das war auch verschwendet Ach komm ey Leck mich doch am Arsch hier Och Mann Das ist doch kacke Okay last try jetzt ey Das gibt ein Limmel Gib mir auf die Eier Jawohl Voll gut Und so weiter Loll Was am Arsch Was So Jawohl Den Dinnenschau noch getroffen Loll jetzt ist mein Oh Loll Was ist denn mit meinem Arm jetzt los Oh 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 So Hier Alter Ich kann das Nicht mehr nehmen Ach komm das ist doch scheiße Fuck Level ey Leck mich am Arsch So Leck mich am Arsch Mami Deine Lippen sind trocken Nein ich hab kein Labello ey Endcrusher Endcrusher Spacebar for Arrowguns Kill all Kill all Oh Gott Okay das war aber hardcore hier Okay das war auch geil Oh jetzt kommt Segway Guy Mama Santa Claus Santa Claus Lol What ein Lacker Das hat schön An der Sonne Abgeprallt Sagste Sagste Mama So Du Und Ihr da hinten Alter Ich hab mittlerweile Voll die Schmerzen In meinem Ringfinger Nur weil ich Denn ich Diese Taste hier drücke Alter Lol ich hab gewonnen Lol wie ich hab gewonnen Obwohl ich nicht alle getroffen hab Egal Machen wir geil Gewonnen Gewonnen One Chance Bullthrow man Okay oh lol Lol was Wie geil ist das denn Ein Versuch Junge Und ich mach das Bleib mich ja was Boah Junge Ich komm auf diese Epicness Gar nicht klar Voll geil Das gibt's doch gar nicht One Chance Get it in or die Junge Ich hab das Ich hatte nur eine Chance Das zu schaffen Und ich hab's sogar Beim ersten Mal geschafft Ja Ich bin an der Gerne Nougat Schnitte Death Ball What the fuck Alter What the fuck Aaaaaah Raid for another Crazy Vehicle Das war schon ziemlich Kackerscheiß Würde ich mal sagen Sawthrow boy Jetzt hab ich aber Heute die Schnurze voll Von Sawthrow hier Das ist ja schon Boah Oh mein Leg Oh mein Leg Mama Boah guck mal Die kann ich viel weiter werfen Voll heftig Jetzt muss ich noch Die Fette da oben treffen Oh Nein Oh Ich hab's festgehalten Ich muss es wegwerfen Weg So Jetzt die Fette da oben Jawohl Ja das gilt Das gilt Ich hab sie getroffen Das ist jetzt schwer In den Arsch stecken Was macht die da Heftig guck dich das mal an Oh jetzt ist sie weg Scheiße Epic Spike Fall Epic Spike Fall So Mami Ich könnte mal versuchen Das andere Rad Als Bumper zu benutzen Okay das ist echt Ein Epic Spike Fall Er legt mir am Arsch Okay so Ja 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 das ist gut Das ist gut Bam Junge Boah aber Schnurgerade Aber Schnurgerade Schnurgerade Habe ich nicht gesagt Impossible Maybe Oh ja Solche Lübe mag ich ja Wie ich hab gewonnen Ich hab den Boden Noch gar nicht berührt Was ist das für eine Box Giblets Box Wat Wofür ist denn das Oh diesmal hab ich nicht gewonnen Haltet mir am Arsch ey Boah Wie auch immer ich das gerade gewonnen hab ey Frag mich Brandina Sonnenschein hier Boah da krieg ich aber auch Pfeile ab Das darf ja wohl nicht wahr sein Leute Tja komm Boah scheiße Dann werde ich da massakriert ey Huuu Pogo man Oh my god Oh my god Ich kann Boah ich könnte das Pogo Teil auch loslassen Kann man das loslassen Kann man das loslassen Mit alt oder so Ne Oh my god Boah jetzt nervt mich meine Dumme Scheiß Headset Kacke Ach komm Wir haben das Level doch sowieso geschafft ey So Da war noch ein Level ne Hier Don't move will ich nicht Don't move ist scheiße Get the coin Get the coin mama Get the coin mama Ja komm Go go Hier Wo ist der coin LOL Was Äh Boah da muss ich über einen anderen Charakter nennen Da muss ich den Penner vernehmen Weil mit dem komme ich da hin Komm Ja Kapsche du alter stinkender Penner Ja Okay warte mal Ja Komm jetzt hebt doch ab Haben die das gefüxt oder so Das man damit nicht mehr abheben kann Ne Ja 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 man Ja man Am Arsch Am Arsch ist doch scheiße So Ja 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 Spitzgefühl Ja 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 Gott verdammte scheiße Ich brech mir mal den Hals wenn ich da reinfalle mama Boah komm jetzt steh auf ey du bist du hast ja nichts zu gebrauchen du scheiß Ja 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 Jetzt loslassen Hu Warte Jetzt Ausdipp ich muss da raus Ja 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 Gut schon Warte Ja Mann Geil Da Was können wir noch machen hier Glas Oh Glasbreak hatten wir schon mal nicht mehr ja man lasst mich doch fahren so alles klar nächster ach glas wird jetzt noch meister drin hier meister mit deinen roten was das habe ich noch nicht gesehen so so aber schwer ist das jetzt nicht zumindest lässt sich mal einfall anstatt immer nur ständig hier gott jetzt fahr dadurch muss den anlauf nehmen aber immer diese nippels auf dem boden die nerven total wird aber irgendwie nicht schwieriger hier wo ich werde jetzt buchstaben ist man komischen glas hier machen ja da komme ich nicht durch es ist noch so am ruckeln mein arm hängt vor allen dingen so jetzt hier aufstehen und weitermachen aufstehen und weitermachen hier gibt es keinen keine pause leute ich sag so hier kommt jetzt mal das ziel war aber schon mal was anderes hier anstatt immer nur diese senkrechten dinger da so 1 kommen wir noch 1 zum abschluss hier 1 zum abschluss 1 geht noch rainbows bei rheinbau rheinbauer verlust der sprache halleluja habe ich gesoffen rheinbauer Spike-Full, ein schwieriges Wort, ey. So, komm hier, ey. Machen wir es jetzt ganz langsam. Oh, Alter. Der hat seine Fahrer unter Kontrolle, ey. Legt mir am Arsch. So. Ach, eins noch. Eins noch. Tic-Tac-Toe hier. Tic-Tac-Toe? Das hatten wir aber schon mal. Da bin ich einmal abgezockt worden von dem. Expert-Bottle-Run. Das ist doch wirklich das Letzte. Extreme-Bottle-Run! Wo war das denn Extreme, ey? Das war voll für Pussys, oder was? Egal. Okay, ich würde mal sagen, damit sind wir jetzt erstmal hier wieder am Ende für heute, ja. Sonntagabend 18.30 Uhr war es. Oh, Mann, ich sag's euch. Wir haben jetzt wahrscheinlich schon irgendwie kurz vor 19 Uhr. Lass den Abend noch schön ausklingen. Äh, Battle-Folgen kommen ja gleich auch wieder an den Start hier, ne. Wisst ihr Bescheid. Ähm. Und ansonsten, glaube ich, war es das für heute, ne. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen, ja. Schaltet auch morgen, Montag. Ach, nicht 18.30 Uhr. Heute war 17.30 Uhr. Verdammt, was glaube ich für ein Bullshit. Die Folgen kommen ja jetzt immer um 17.30 Uhr raus, ja. Weil er hat sich verschoben, nur dass ihr Bescheid wisst. 17.30 Uhr, 17.30 Uhr, ja. Wir haben jetzt kurz vor 6. Metal kommt um 19 Uhr, soweit ich weiß. Wenn ich mich nicht irre. Äh. Boah, ey. Heute ist echt der Wurm drin gewesen. Heute ist der Wurm drin gewesen. Egal, ja. Schaltet auch morgen wieder ein. 17.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, und, ähm, wir hören uns wieder. Wenn es wieder heißt, Happy Beals, Hardy. Ja. Boah, ey. Wuuuuh.